Ich bin Lisa und ich arbeite bei den Johannitern in Dresden im Kinderhaus Jona. Mir macht es Freude mit Kindern zu arbeiten, sie in ihrer individuellen Entwicklung zu begleiten, unmittelbares Feedback von ihnen täglich zu erhalten. Ich möchte ihnen gerne in Wertschätzung und Achtung anderen Menschen, Ebelwesen und auch der Natur gegenüber vermitteln. Dies entspricht auch dem Leitbild der Johanniter, weshalb ich mich da verbunden fühle. Es ist einfach ein schöner Kindergarten, in dem man selber gern Kind sein möchte. Deshalb arbeite ich bei den Johannitern. Der Johannitern im Hintergrund